ja hallöchen meine lieben und willkommen zurück zu let's play destroy the postbote christmas special ja ich glaube es wird nicht mal zu viel das spiel hat ja nur zehn maps und dementsprechend ob man das heute jetzt komplett durchkriegen oder nicht noch mal einfach mal ja wir wollen jetzt erst mal jetzt hier stehen geblieben ich habe schon nicht vergessen was wollten wir jetzt mit den dreien hier machen ich weiß ich gesagt nicht mehr lösen ähm niemals was du tun willst ist blasphemie der menschlichen existenz das machst du schon wieder her ähm sorry falscher raum weiner du pfeife ich hab doch gesagt dass hier ein grab fehlt du hattest du auch vergessen wurde deine alte eingebautet hast in einer dual tun was willst du von mir in einer dual tun ach so in einer dieser tun es bestimmt der wunsch der sammlung aus und das hat mehrere sucht ich verstehe ich erinnere mich wir bleiben hier stehen und ich glaube nicht weg oder so ok das wasser ist schön näschtsin was willst du von mir aha 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 das wasser ist schön näschtsin wunschzettel erhalten ok am besten wir mit ihnen auf den weihnachtsmann ja stimmt aha knochenknutsch ich hätte es wissen müssen ich bin ganz tolle unheimlich ich bin ganz tolle unheimlich uuuuuhhhhhh aha gut ähm ich glaube wir können hier einfach oder auch doch nicht er macht gar zu schaden Ly Ж ähm kannst du denn lieber neben dem Eck nein 1 Ja, das ist eigentlich ein Problem. Jetzt sind die gestorben. Okay, gut. Hätte ich dir jetzt mal geheilt? Es ist vorbei. Weihnachtsmann, ihr könnt euch nun den Wunschzellen widmen. Scheiße, das wurde auch Zeit, du Hanswurst. Hast du eine Ahnung, wie ich mir den Arsch abgefroren habe? Ich hätte diesen Nebenjob nicht nehmen sollen. Weihnachtsmann sein zackt. Der Weihnachtsmann ist aber böse. Willst du dir erstmal den Wunschzellen wünschen, Alter? Ich wünsche mir ein Fahrrad, mit dem ich zum Mond fliegen kann. Sonst verstecke ich mich im Backofen durch. Oh, egal, bringen wir Ihnen das, was Sie sich wünschen. Okay. Sieh mal an, was hat der Weihnachtsmann die denn mitgebracht? Ja, eine echte 540er. Papa, guck mal. Oh Gott, so dumm. Ich hoffe, euch hat dieses Special zu DDP gefallen und war nicht zu kurz. Ich hätte auch in den Rest ein paar reinstecken können. Egal. Auch ein Dank an all jene, die meine Spiele immer und immer wieder gespielt haben. Ich hoffe, die Spiele werden euch weiterhin gefallen. Also, bis zum nächsten Teil, so hoffe ich. Und ich möchte auch allen Postboten danken, dass nix in diesem Spiel ernst gemeint ist. Äh, nicht danken, sondern sagen, judogames.gmail.com Ja, okay, das war das Spiel. Ähm, 5 Minuten Part, super. Wow, hätte ich auch noch in den ersten Part mit reinstecken können. Hätte ich das gewusst, dass das nur kurz wird, jetzt, dann hätte ich das noch in den Minuten drangehangen. Aber so, dann haben wir jetzt noch einen Tag mehr abgedeckt vom Special. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal beim nächsten Weihnachtsspiel. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.